Und hallo Leute! Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft! Wieder mal mit mir Loki! Es ist schon lange, lange her, dass ich mal wieder Aufnahmen gemacht habe. Das ist auch den einen Grund gehabt, weil ich... ... in einem Betrieb war, um ein Praktikum zu machen, in einem Schulgeschäft. Und was ist passiert? Oh, ich habe mal ein Stitcher-Pack, komischerweise. Das Komische war, der Betrieb hat mich ungerecht behandelt. Und das fand ich blöd. Die haben mich, warte mal, um 9 Uhr sollte ich antreten und um 17 Uhr war Schluss. Aber ein Praktikant darf ja nur 6 Stunden am Tag arbeiten. Ich wurde dann nur von Kunden angemerkt, also Praktika ist jetzt nicht so sehr mein Ding. Also würde ich euch empfehlen, mich da hinzufügen. Der Kundendienst ist Miese-Rabbel. Oh, wie viel Kohle hier rumschwirrt! Warte ich! Ui! Deswegen habe ich das Praktikum abgebrochen und war in letzter Zeit in der Schule. Und Aufnahmen konnte ich auch nicht machen. Ich hatte Besuch gehabt von Verwandtschaft. Und das Problem war, wenn Verwandtschaft da ist, gibt es keine Aufnahmen. Wenn Unterbrochen Kinder ins Zimmer reinspüren. Und wenn ich sage, raus, geht die nicht. Und wenn ich die gewaltsam aus dem Zimmer raushaue, dann gibt es Schläge von der Mami. Und da war richtig viel Dich. Ha! Uh, Eisen! Und ich weiß ganz genau, was ich mir bauen werde. Ich habe mir eine Skizze gemacht. Und da das offline in einer anderen... War ich da schon? Offline auch nachgebaut. Nicht hier, sondern woanders. Halt, wo habe ich das woanders abgespeichert. Meine Güte ist hier überall Kohle. Und die Kohle werde ich sowieso ganz genau brauchen. Und für, sage ich mal, die... Für das Gebäude brauche ich richtig viel... Richtig viele Sachen, aber richtig. Uh, Eisen! Noch mehr Eisen! Schau mal. Keine Eisen mehr. Aber laufen wir... Uh, das Eisen... Oh, Junge, 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 hab ich Glück. Ich würde mal gern Gold finden. Oder Diamanten. Aber sowas wird nicht vorkommen. Leider. Leute, was mir letztens passiert ist. German Let's Play kennt ihr ja vielleicht alle. Hat da ein Dubstep im Tor ausgebrochen. Oh, Junge, Leute. Das ist so ein Ohrwurm. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ein richtiger Ohrwurm. Mir gefällt... Der wird nicht. Dieser Dubstep im Tor gefällt mir. Seine Stimme ist perfekt und German Let's Play... Perfekte Let's Play Stimme. Perfekte Let's Play Stimme. Perfekte. Und bekommt ihr nicht alles im Leben. Hä? Die Steine sehen so aus. Aber später sehen die blau aus. Hö. Also ich tue dann den Link für dein Dubstep Intro... Da runter. In die Beschreibung. Oder irgendwo sonst irgendwo hin. Äh, ja. Da unten haben wir noch nicht. Das ist gut, dass ich so viel Fackeln gemacht habe. Ups. Okay. Wir brauchen auch viel Eisen. Für das Gebäude brauche ich auch ein paar kleine Eisenblöcke. Ich brauche aber richtig viel Glowstone. Das wird mich in den Nether führen. Aber richtig. Also ich sage dazu immer die Hölle. Sieht auch wie die Hölle aus. Fackeln brauche ich auch. Ich muss das ganze Gebäude umleuchten. Und ich werde ein Burgtau bauen. Aber das Problem ist, als ich versucht ein Burgtau zu bauen, sind immer die Teile in der Luft hängen geblieben. Ich habe dann mir YouTube Videos angesehen. Tutorials. Oh mein Gott. Da gehe ich nicht runter. YouTube Videos angesehen. Wie man das macht. Das Problem ist, das ist sehr... Hört sich einfach an, aber sehr, 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 sehr kompliziert. Ich persönlich habe es nicht hinbekommen. Ich bekomme, dass das Teil hoch fährt. Aber nur einen Block gemacht. Und wenn ich zwei Blöcke hinbekomme, dann... Oh, brauche ich viel ab. Wenn ich hinbekommen habe, dass zwei Blöcke hoch fahren, dann blieb immer einen Block hängen. Und von oben kann ich auch keinen Kolben bauen, weil das Problem ist... Fackel. Das Problem ist, dass das dann drecklich aussehen würde, wenn ich die Köln von oben auch bauen würde. Von unten sieht man das ja gar nicht. Aber von oben sieht man das. Und das ist blöd. Also wollte ich es dann so lassen. Einfach halbes Burgtor sozusagen. Kann eine Person durch. Mit halbes Burgtor meine ich halt... Zum Teil ist das offen. Ja, oder ich mache selber von der Hand immer zu mit ein paar... Uh, 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 Junge, Junge, Junge... Oh! Ja! Ich habe es! Ich hab es! Rischpilz Meine Güte Da hin Nein Nein Ich muss einen Schmelz Auf irgendwas bauen damit Oh das war Kies Entschuldigung Und die Microvision 1.6 mit Pferden Und noch anderem Scheiß Äh, was wollt ich nochmal machen? Hab ich Steine? Äh, warum hab ich keine... Oh, die sehen ja ganz anders aus Aha Direkt daneben Äh, Kohle hab ich genug Eisen Hab ich zu viel Ich suche mir mal die Höhle Naja, das wird nur richtig Was ist das? Oh, kein Jammer Irgendwann Irgendwann Uhuuu Oh So Ich bin lieber in der Nähe von Weg mit dir Weg mit dir In der Nähe von dem anderen Scheiß Scheiß meine ich das Abbauen Abbauen, abbauen Scheiß Liga Scheiße Fliegen Boah, wie schnell hat der Vier von denen schon gebaut? Und eins und zwei Wir haben eine Eisenspitze Hacke Und abbauen Ist ein Eis? Nein! 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 Da! Hacke! Ewe, du hast mein Goldstück mitgenommen Ich schwore, ich schwöre Da! Wohin gehst du? Uhuuu Was ist das eigentlich? Ich hab sowas nie mehr benutzt Wohin gehst du? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Was brauch ich? Für Verkabellohren Und anderen Scheiß Aber wenn wir Glück haben, finden wir hier Diamanten Ich bin mir sehr, oh man Sorry Leute Ich bin mir sicher, dass hier, uh, da war Dass ich hier welches finden werde Geh nicht in die Oh, ich hab schon gedacht Ich geh in die Lava rein Abbauen Abbauen Nicht das abbauen Ja, ehrlich Uh Schon denken können, dass ich irgendwo in Lava reintreten werde Erde Hm Was ist das? Noch mehr Groll? Das ist mein Glückstag Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, wären Diamanten Aber die bekomme ich nicht Uh, Lava Und wenn, dann sind die immer irgendwo in der Nähe von Lava Und von wo bin ich gekommen? Na da Und Minecraft hängt schon wieder Aber nicht so hardcore wie früher Ich hab ein paar Einstellungen durchgeführt Meine Güte, geh doch hoch Ja Oh ne, ich hab ein Dungeon gefunden Hm Das wird bisschen schief gehen Ich und Dungeon passen nicht zusammen Weil ich immer die Dungeons erforsche Und dann auch mit mir in den Dungeons drauf gehe Hunger ist nur bla 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 Irgendwas, dies und das Überschirrt Kohle und Eisen rum Das nervt langsam Mach ich da Uh Und ich muss jetzt hoch Mein Eisenvorräter und mein Ofen hängen da unten Ich will meinen Ofen haben Ich will doch hoch Hoch, 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 hoch Eins, zwei, drei Ungeschafft Da Da Wehe, Minecraft will mich wieder verarschen Und da hängt auf einmal Lava unten Einmal hab ich Moikra verarschen Und in der Lava Und unter Uh, Gold auch Lava Oh, hier werde ich viel zu erkunden haben Aber richtig viel Wirklichkampf mit mir, oh man Ja Piep Uh Weg Weg Redstone Abbauen Platzieren Gold, Gold Gold, 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 Gold Kann ich mir eine Goldrüstung bauen Und Ein Amboss bohr ich sowieso auch noch Also deswegen jedes Silber, was ich finde Ich mein Eisen Wo scheinge Schammelt werden Und die heutige Folge wird ein bisschen länger Was hat denn Länger als sonst Wo kam ich denn Diese epische Moke Immer wieder diese epische Moke Epic Oh das Gold Das ist also das Goldstück, was ich verloren habe War ich hier schon mal? Da war ich wohl Ich bin aber vorbeigelaufen Äh Oh, Scheißliga Hölle Ich hast ja niemand mein Ohr rumschwirren, ja Was das nervt Das nervt Du Bauen Und wo ist das jetzt? Da Hui Hui Sind wir jetzt fertig? Ja Kohle Da hin Die sind hier im Schraub Brauche ich nicht Mach ich gleich so weg Ein Pilzbalch für den Notfeller Ups Abbauen Oh man, das ist jetzt fertig Eisen Fertig Ach, bist du fertig bist Geh ich mal hier durch Habe ich noch mehr? Nö Das heißt hier zurück Und Eisen abbauen Eisen Eisen Entschuldigung Eisen 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 Da Ein ganzes Eisen Super, jetzt sehe ich nichts Aha Ich habe eine Idee Okay So soll funktionieren Hat auch funktioniert Äh Platzieren 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 Und hier ist Aber was ne? Eisen, ja So viel Eisen kann ich auch wiederum nicht mehr mitnehmen Ist das Gold? Ist das Gold? Das ist Gold Ist das Gold? Ist das Gold? Was? Ups Ah, ich kann mich gar nicht entscheiden Okay Abgebaut Ich will mal eigentlich Ups Ich will mal eigentlich mal was finden Gold Äh, nicht Gold Nein, ich meine Ding hier Diamanten Ich will meine Eisenblöcke wieder Und wo kam ich jetzt? Und hier, oder? Ja, ich komme von da Und Hab dich Hm, das haben wir schon mal Das heißt Ab nach unten Wo ist der Dungeon, den ich gefunden habe? Ups Boah, gerade noch geschafft Hier war irgendwo ein Dungeon Und da war ich auch schon wieder Hier war ich auch Da musste ich auch passen Ups Und da Abbauen Das dahin klatschen Dahin Ab Genau, die hier von 60 Oh, ich glaube das OHIO wird auch bald knapp sein Wieder ein Hänger, dass ich die Monster aufgestellt habe, für kurze Zeit. Ich weiß, das ist blöd, wenn man die aufstellt, weil wir die haben ja auch was zu sehen. Aber ich muss die in der Hölle aufstellen, wenn ich Unterbrochen, äh, die Leute beballert. Und die epische Mucke schon wieder. Und das hier den Punkt, den ich markiert habe, wo ich wohne, ne? Das wäre so alles schief ausgegangen. Uh, Gold. Viel Gold bekommt man eigentlich von so einem Block. Weiß ich gar nicht. Nee, schade nicht mehr. Uh, da geht es runter. Oh, meine Tür. Mal da hoch. Da hin, da hin. Da hin, da hin. Rasenpilze. Da hin, da hin. Da hin. Und da hin. Und hier ist wieder nichts. Da. Obwohl. Ich hoffe, ich erhoffe mir immer, wenn hier irgendwo Dreck ist, dass er nach einer Höhle kommt. Oder in einem Dungeon. Ich möchte in einem Dungeon nicht mehr. Mal ein bisschen mit unserem Silberschwert rumschwirren. und schauen, was hier los ist, Martin. Irgendwo muss es ja noch sein. Ich habe doch hier noch gesehen. Da geht es weiter. Ein Hänger. Nee, von hier kam ich. Also, wir kommen mal nicht was anderes. Hier war ich schon mal. Düt. Düt. Oh, da war ich noch nicht. Ich hoffe mir, hier bei diesen kleinen... und da war ich noch nicht. Ich war eine Idee. Hier irgendwo muss doch Diamanten sein. Ich denke, die Jünger in der Lave, in der Nähe von Lave sind immer Diamanten. Hallo, platziert auch. Hm. Eisen. Abbauen. Abbauen. Wir sind weg mit dem Dreck hier. Dreckig a den. Dreckig a, dreckig a, dreckig a, dreckig a, dreckig a, dreckig a. Okay, wir müssen da, Huller. Aber heldenhaft. Patsirou. Oh, das müssen wir so machen. Ich hab hier richtig Angst. Diamante nix. Hier war ich schon mal. Und hier muss der Dungeon sein. Uh, frei. Meins. Platzieren, platzieren, platzieren. Und platz hier rein. Fauten geht's weiter. Ich baue ich ab. Fauten geht's weiter. Aber bestimmt nicht lang. Drecksfleder noch. Geht's ja auch weiter. Hi. Du Dreckiger, dreckig a den. Womöch das Grün. Womöch. Ich hab keine Fackeln mehr, ne, ich hab keine Fackeln mehr, fuuuuck. Genug Holz hab ich auch bald nicht mehr. Ich brauch mehr Holz drin genau. Da hin. Gas nehmen, da hin. Ich war auf Block hab ich auch. Ich hab Angst. Soll ich langsam ranpirschen? War ich nicht hier? Nö, war ich nicht. Ich hab irgendwie einen Riecher dafür, dass hier irgendwo Eisen schwirrt. Ich mein Eisen sag ich noch. Diamanten. Ja, da hab ich keine Wahl, ich muss noch ein Cobblestone nehmen. Warum ist das blau in meiner Hand? Da! Diamanten! Ich komme! Dreck! Fuck! Weg mit dir! Kann ja sein, dass hinter dir auch noch was schwirrt. Ha! Du bist gestorben! Noob! Noob! Oh, platzier doch! Oh, ich muss mal... Ich muss mal die Erde weiter nach vorne stellen. Hallo, platzier doch! Ja, aber dahin kannst du platzieren, oder was? Hops! Hallo! Äh, hallo! Halt sie ja dahin? Da hin? Da hin? Da hin? Da hin? Da hin? Hallo, da hin? Ich geh um neben und tu... ...tod. Ich... ...die Shift-Taste... ...loslasse! Hey! Oh! Ich komme, Diamantro! Ich komme! Ist hier noch irgendwas? Redstone! Oh! Dahin! Dahin! Und wir haben es erreicht! Ich geh nun sicher! Da sind noch mehr! Ich wang, dass es da runterfällt! Oh! Das ist schon! Hab ich! Und hab ich! Nice! Sehr, sehr nice! Ich muss hier irgendwo raus! 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 Ich hab Angst! Nenn ich von Lava! Uh! Jetzt doch! Ich bekomme jetzt ein bisschen Angst! Okay! Ich weiß noch, wie das geht da irgendwo irgendwie runter! Ja, toll! Jetzt müssen wir mal erstellen! Ich hab da mal eine Idee! Ich hab da mal eine Idee! Lava weg! Wir werden ja auf Lava zu fließen! Was erwarten, oder?! Da! Uh! Uh! Das ist heute unser Glückstag! Vermut' ich mal! Noch mehr! noch viel 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 mehr aber richtig viel mehr wackeln platzieren sein gefühl abgebaut und wir haben level 30 erreicht ich muss aber das mal lernen wie man das mit dem verzaubert hinbekommt ich muss aber hier raus ich habe angst was hier passieren wird okay ich bin unten weiter runter will ich nicht mehr gehen ja komm ich nehme ich ja noch mit vielleicht mehr von was man euch gebrauchen kann aber auch soll sowieso irgendwann mal in den da rein ich muss da viel abbauen aber richtig viel wo geht es weiter äh ja super da bin ich gerade im kreis ich heiße mal jetzt auf diese redstone da ich heiße mal jetzt auf diese redstone da bei der nächsten Sackgasse ist das schwierig ab keinen Bock mehr jetzt in der Hölle weiter rum zu kommen wir müssen wieder zurück und hier ist nichts das heißt die Natur können sich jetzt hochgraben aus ich komme im Wassergebiet raus das wird sehr schlecht ausgehen ich muss mich durchgraben ich merke jetzt gerade erst dass ich im Wassergebiet auftauchen werde falsche Richtung da ok schneller schneller äh achso Kiez ich habe es irgendwo angekommen das heißt wieder nach oben ok entschuldigung Leute aber erstmal hoch hoch hey warum geht es nicht weiter so wir sind bald da ich habe nämlich Angst und will nichts verlieren oh nein ups abbauen abbauen man kann nie wissen wie viel Kohle man braucht also ich brauche richtig viel Fackeln das sei selber also sehr viele Stacks was nein egal wir haben noch die hier erstmal den kaputten Nutzen halb kaputt oder ein bisschen am Arsch ach diese wunderschöne Melodie passt gerade im Moment perfekto ach wir haben eine erfolgreiche Erkundungstour und geschafft da ist ja noch mehr da ist ja noch mehr hab ich gar nicht gesehen hallo dahin und weiter gehts platzieren platzieren abbauen ab hier heißt es wieder nach oben ok ok das haben wir wo bin ich ach so hm sehr sehr komisch hoch hoch wie schon mal angekommen wo geh das denn ab bauen schon wieder Dreck Platzieren. Wie weit unten stecken wir denn? Ich will da noch hoch. Bevor ich die Kapp mache. Ups. Ja. Wir sind da. Ja. Super. Und da ist schon mal direkt ein Eifersatz. Ich hab die gar. Und nur zuvor Leute, ich hab den Shader aufgeschaltet. Hm, lecker Pilze. Und Zuckerraube. Und bisschen mehr Pilzschwein. Also Leute, ich mach dann hier mal Cut. Bis dahin, tschüss.